So hier ein weiterer 1200er Endlosbandfilter aus unserer ProLine Reihe, wie er serienmäßig ausgeliefert wird. Fangen wir seitlich an, hier sieht man die Bandjustierung, die 6x110er Einlaufstutzen. Hier wird die UVC platziert mit der UVC Halterung. Die UVC Abschaltung darf natürlich nicht fehlen. Jetzt gehen wir einmal um zu. Hier sitzt der Motor drunter, dann der Schmutzablauf in DN110. Hier die interne Biokammer, ca. 850 Liter und geeignet für 300 Liter bis 350 Liter Moving Verfahren. Die innenliegende Druckpumpe. Rückseitig nochmal gut zu erkennen die Vielseitigkeit des Endlosbandfilters, um gewisse Pumpen oder Equipment anzuschließen. Und zwar im unteren Bereich ist es gedacht für sogenannte Trockenläufer. Das sind Pumpen, die außerhalb der Biokammer installiert werden. Der obere Anschluss ist für eine Rohrpumpe gedacht, die in der Biokammer platziert werden kann. So wie die vier Anschlussmöglichkeiten, wo ebenfalls Pumpen innenliegend montiert werden können, wenn es mal nach hinten mit dem Platz eng wird. Das Equipment wird natürlich mitgeliefert. Und werfen wir jetzt nochmal einen Blick auf die Schmutzrinne. Hier die Anordnung der Schmutzrinne. Gut zu erkennen der Ablaufwinkel der Schmutzrinne. Jetzt haben wir beim Spritzschutz den Schutz schon entfernt. Hier kann man schon optisch schnell erkennen, ob grobe Segmente wie Stöcker oder große Blätter in der Schmutzrinne liegen geblieben sind. Und die Kontrolle der Düsen ist bei Funktion auch schnell gegeben. Um jetzt den Zugriff auf die Schmutzrinne zu gelangen, einfach den Spritzschutz entfernen, beiseite legen und hier hat man jetzt den direkten Zugriff. Hier sieht man den Düsenstock mit der Rinnenspülung im Ganzen. Ja, soviel dazu. Ich hoffe es hat euch gefallen und ja gerne bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.